Du stehst in einem Fahrstuhl. Dieser hält drei Stockwerke höher, als das Haus hoch ist. Ein Freund spricht mit dir über die Möglichkeit, in Badewannen zu reisen. Darauf sagst du, dass heute Nacht in deinem Schädel eine Sicherung durchgebrannt ist. Darauf vielleicht ein Freund antwortet, na bitte. Du sitzt in einer Art Freigehege und frisst Scheiße. Es erscheint dir als deine natürliche Nahrung. Später wird dir gesagt, dass es deine eigene Scheiße ist. Du sitzt am Rand deiner Straße. Ein Unfall ist geschehen. Wo du bist, du weißt schon. Na dann komm! Betritt den Raum. Zieh dich um. Lass alle Ängste fahren. Es sind nur Schrecken. Lass alle Ängste fahren. Es sind nur Schrecken. Betrachte deine Hände. Befühle dein Gesicht. Read only Memories. Lass alle Ängste fahren. Lass alles. Lass alle Ängste fahren. Und dann lass sie los. Lass alle Ängste. Und dann lass sie los. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf deinem Knie wird ein Salamander sitzen, sprich mit ihm, erwarte eine Antwort, die ohne Sprache ist, vielleicht ein Zimmel, ein Luftstrich, ein Leuchten, ein Gleitchen in Salamander hinein. Wie? Durch den Mund! Langsam, schnell! Lichst du in Erinnerung? Unterlass ihn los! Lichst du in Erinnerung? Unterlass ihn los! Lichst du in Erinnerung? Lichst du in Erinnerung? Lass alle Ängste fragen, es sind nur Schrecken. Lass alle Ängste fragen, es sind nur Schrecken. Lass alle Ängste fragen, es sind nur Schrecken. Du bist jetzt in dem Chia. In der Landschaft seines Bauches ist Nacht. Lass alle Ängste fragen, es sind nur Schrecken. Leg dich hin! Versuch zu schlafen, doch bewegt dich nicht. Versuch zu schlafen, doch bewegt dich nicht. Aus der großen Ebene aus, hörst du Flügel schlagen. Es sind Vögel, Adler, zwei Adler. Sie kommen etwas zu holen, das ein Seiger ist. Sie kommen etwas zu holen, und mehr weiß ich nicht. Lass alle Ängste fragen, es sind nur Schrecken. 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 Sie kommen etwas zu holen, und mehr weiß ich nicht. Mehr weiß ich nicht. Und mehr weiß ich nicht. Und mehr weiß ich nicht. Und mehr weiß ich nicht. Nein, jetzt ist die Kleine!